Diese hier zum Kauf angebotene Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin-Friedrichshain. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 57 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 129.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.